hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft feats beast affinity evils also wir haben in der letzten folge haben wir den boden hier gemacht erfolgreicherweise ach das ist ein enderportal ich dachte was ist denn das für eine scheiße hier so in der heutigen folge wollte ich gucken ob wir schon mal weitestgehend hier alles fertig kriegen die kabel gelegt und vielleicht die restlichen bohren deckenplatten damit wir das geht ein damit wir nur noch den rest bauen müssen und dann können wir in der folge auch schon gleich alles dafür fahren weil das wird echt ein bisschen sehr undankbar die aufgabe die danach gleich folgt weil die auch gar nicht mal so einfach ist leider gottes aber die kriegen das schon hin ich bin da felsenfest von überzeugt so wie viel steine hast du mir jetzt schon gemacht das reicht für 60 das wird aber nicht für unten reichen ich glaube die werden für unten reichen warte mal hier das kommt wieder weg Diorit kommt weg Anthrazit und das so wir wollen ja den boden hier ich quatsch nicht den boden die decke wollen wir neu machen wir machen die aber auch nur so damit die endermänner da nicht spawnen können dass die halt nur einen winzig kleinen bereich haben in dem die spawnen können dürfen wollen werden müssen ich finde meine technik Dinger zu bauen der wahnsinn fällt jetzt auf dass das komplett asymmetrisch ist scheiße aber gut ist jetzt nur so ach Mist ey so der kommt da hin und dann muss der hier auch weg sehr gut zack 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 du kannst da hin so so hier wollte ich jedoch mal zwei hinsetzen ach Kind so weil wir damit eine bessere in meinen Augen Abgrenzung haben so wo die Kampfarea ist ich muss aufhören dass ich da nicht reinfalle das war jetzt der größte fail den ich machen könnte das Problem ist ich müsste die eigentlich müsste hier noch ein Hörsetzer wenn ich da reinfalle bin ich am Arsch hier muss ich auch ein bisschen vor ein bisschen weiter weg angreifen aber das kriegen wir alles hin das soll ja nicht das Problem sein wow ich hätte nicht gedacht dass die nicht reichen nicht schlecht die reichen echt nicht krass okay ich habe die da noch verbraucht ansonsten hätte es wahrscheinlich halbwegs gereicht und wahrscheinlich hat mir dann wieder ein zwei ein zwei plättchen gefehlt so wie immer aber ist ja nicht schlimm ey ich geh da hoch geh da hoch geh da hoch so dry und dry gimme zack 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 klar ist der Raum ein bisschen blöd aber Ich hab jetzt hier freie Kampfwahl dahinter zu wisten. Ich bin mal echt gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Wir suchen jetzt... Oh, warte, fack nicht was. Noch mal weg. Ender. Der sortiert sich denn immer, das geht mir voll auf den Piss. Aber gut, gibt's noch was. Das Ding müssen wir als erstes bauen. Genau, ich brauch ja Köpfe von irgendwelchen komischen Viechern. Viechasser. Boah, ich überleg gerade, wie kriegt man am schnellsten Köpfe? Ähm, ja, Monster töten. Muhaha. Ähm, drück mal auf hier. Steht hier nicht irgendwo so ein gelbes Kack-Ungetüm-Viech, wie auch immer? Leider nicht. Schade. Da oben sind Hexen, aber Hexen... Oh, Hexen droppen keine Köpfe, die ich bräuchte. Gottverdammten Hexen! Okay, versuchen wir erstmal so weitestgehend, den anderen, verdammt, Kack zusammen zu sparen. Und uns dann um diverse Hexen zu kümmern. Oh, nee, der war falsch. Äh, wir brauchen Dittchen. So. Das Ding ist ja... Hab ich aber nicht eins gebaut gehabt vor kurzem erst? Oh, jetzt sag mir, ich hab es in der wundervollen Welt da vergessen. Fuck. Doch, ich hab es in der wundervollen Welt vergessen. Oder weniger vergessen, mehr verloren. Gut, ist jetzt nun mal so. Gibt Schlimmeres. Da ist er. Ähm, düpp, 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 düpp. Kupfer. Jolt. Jolt. Hammer. Ein Kupfer in die Mitte. Und wenn ich jetzt noch Redstone dabei gehabt hätte, wäre richtig cool. Richtig, richtig cool. Aber gut, so ist es nun mal. Ich glaube, ich brauche zwei davon, ne? Eins, zwei, eins, zwei. Hm, komm mal her. Eins, zwei, eins, zwei. Packen wir jetzt einfach mal hier oben hin. Und noch Quillkubber. So. Jetzt haben wir schon mal zwei davon. Zwei, 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 zwei. Brauchen wir nochmal vier nette Gitterchen. Was schön ist, was ihr ja nicht hört, wenn ich rede, höre ich das leise Summen meines Rechners im Hintergrund. Hashtag Sarkasmus. Der macht so. Jetzt wäre es, wenn es ein Lüfter wäre, wäre es noch cool, wirst du? Aber eher einfach nur so. Und ich nur so, was? Mach das nicht. Und er dann wieder so. Verdammt schwer dabei, ernst zu bleiben. So. Führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen uns einen beschissenen Spawner suchen. Oder einfach Monsters. 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 Oh, verdammt nochmal. Monsters. 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 So. Also. Wir haben ein riesen Loch in unser Haus gesprengt. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool finden soll. Oder mich selbst dafür hassen soll. Fragen über Fragen, die mir niemand beantworten kann. Genau. Wir wollten jetzt hier unten... Typ, 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 typ. Ich habe mich gerade... Boah. Kurz überlegen. So. Pass auf. Ich habe eine ganz coole Idee. Eine ganz, ganz coole Idee. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Aufpassen. Ich mache jetzt das hier. Ich mache dann einen auf den hier. Tunnel. Ein Taum. Scheiß Caps Lock. Tunnel. Tunnel. Leertaste. 1, 0, 0, 0. 1000. Weg. Feuermeyer. Nini, 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 nini. Baut er alles ab. Alles. Alles, was er nicht abbaut, baut er auch ab. Siehst du? Sand. Ab überhaupt. Ach, das ist er, der verdammte Kacke. So. Und wir bauen uns. Ich hätte beinahe gesagt parallel dazu. Aber das machen wir nicht. Wir warten jetzt einfach kurz, bis es Nacht wird. Kurz war auch besonders gut. Bis es Nacht wird. Den lassen wir jetzt erstmal eine Runde laufen. Da gucken wir ein paar Minuten nochmal nach. So in. 5. Und dann gucken wir da nochmal, wie weit er ist. Wir haben noch keine Kabel zu dem Ding verlegt, was wir da platzieren wollen, möchten, tun, können, müssen. Brauchen. Werden. Werden hört sich gut an. Werden finde ich gut. So. Hab ich noch irgendwo die Kabel, mal gucken, wo Kabel ich da gelegt habe. Die billigen, die guten, billigen Kabel. Ey. Und natürlich habe ich die nirgendwo mehr. Hm. Hm. Sagte ich schon. Hm. Ich mach's nochmal. Warte kurz. Hm. Wie viel Power hat er endlich noch? Ein bisschen. Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack. Da sind sie. Pizze. Sehr gut. So. Wir brauchen Kabelze. Leitung. Hammer. Ich schreibe jetzt bestimmt nicht Kabelze, weil der Grammatikale so hat von falsch. Das weiß selbst ich. Captain Rechtschreibung. Ähm. Tipptipptipptipptipptipptipp. Wir brauchen... Pfff. Nicht 20, auch nicht 10. Wir brauchen... 9. Und die packen jetzt. Es wird dunkel. Die Nacht bricht herein. Eine ewige Wacht beginnt. So. Spaß vorbei. Wir müssen jetzt Monsterse farmen. Wo sind die Monsterse, die ich muss farmen? Gibt keine Data selbst, ne? So. Im Vanilla Minecraft habe ich mich letztens tierisch erschrocken. Ich spiele das ja schon seit ein paar Monaten. Also seit ein paar Monaten ist gut. Seit fast 3, 4 Jahren nicht mehr. Ich habe mich tierisch erschrocken, als ich das auf meiner Switch gespielt habe. Als ich ins Wasser gesprungen bin. Auf einmal angegriffen wurde. Ich hatte Nachtdienst. Das war noch viel schlimmer. Ich habe mich doppelt erschreckt. War nicht cool. Er hat dann ja irgendwie diese schwimmenden Viecher, die einen dann auf einmal angreifen. Ich habe mir halt auch gedacht, was zur Hölle soll der Scheiß? Oh Gott, nochmal. Nein! So, da ist noch ein Zombie. Ich glaube, ich habe relativ wumpe. Wovon... Ey, wo war das jetzt noch ein Zombie denn? Ich gebe mir den Creeper. Creeper! Attacke! Nein! Attacke! Nice! Creeperkopf! Und da ist ein Skilett. Skilett, Gillett. Ausweichen, ausweichen. Und Sprung, Kick. Superman Punch, Superman Punch. Er hat auch einen Kopf gedroppt. Das wäre natürlich optimal. Ey, auf mich anzugreifen, das ist nicht nett. Zwei Köpfe schon mal. Nice! Ich fehlen ja nur noch ein paar. Da gibt es eigentlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wenn man irgendwie bestimmte Schläge macht, dass man dann irgendwie mehr Köpfe bekommt. Alter! Ich muss noch was essen. Ich war gerade ein Bogenschütze. Wieso hat der Bogenschütze eine beschissene Rüstung an? Seit wann ist das so? Alter! Alter! Oh, lucky! Das war echt lucky. So, wir haben, nichtsdestotrotz, nur zwei Köpfe. Das sind noch ein paar zu wenig. Wir brauchen drei haben wir. Wir brauchen aber vier. Wir haben ja immerhin schon mal drei. Damit können wir, glaube ich, das erste Ding schon mal bauen. Schönen daneben gesprungen. Oh, ein Creeper. Fuck. Wird eigentlich nicht so passieren, aber gut. Lauf, 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 lauf! Gut, ist jetzt leider so passiert. Ist aber auch nicht sonderlich schlimm. Wir haben schon mal drei Köpfes. Wir legen uns noch mal hin. Mit drei Köpfen kann man auf jeden Fall schon mal gut arbeiten. Genau, jetzt sind auf meiner verkackten Terrasse auch noch drei Creeper. Ach, zwei. Hinter mir ist nichts. Oh, das ist ja nicht so, dass ich nicht gesucht habe, aber ich habe immerhin einen Helm bekommen. Okay. So, wir haben jetzt zwei... drei Köpfe. Ich finde ich einmal spannend, ob das funktioniert. So, erstmal bauen wir das hier. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Zack. So, wir brauchen eins, zwei, drei Köpfe. Ein Maschinengehäuse. Drei, vier. Was war das letzte was wir brauchten? Ende. Wir brauchen vier fucking Köpfe. Verdammt. Alles klar, aber es ist schon wieder alleine an der Zeit, so gern ich es auch mit euch mache hier, euch zu verlassen. Es tut mir leid, aber es muss sein. Alle Trennung wird immer weh. Ist zum Beispiel noch nicht schlimm. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Bei Minecraft Vizepist Affinity. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Haut rein. Peace.